Wie wichtig war es dann heute zur Gewinnerung? Wir haben auch hart dafür gearbeitet. Ich glaube ja auch, dass ich hart gearbeitet habe. Aber zur Pause vielleicht zu kurz zurück zu kommen. Ich kenne es ja nur als Spieler. Richtest du vor der Saison die ganze Trainingsintensität auch oft zur Pause auf? Also heißt, gehst du davor extra hart? Vielleicht war es die Jungs schon fünf Tage frei? Oder spielt das untergeordnete Rolle im Trainingsplan? Ja, die Gesamtplanung ist schwierig, weil wir auch diesen European Trophy haben. Eigentlich sagen wir, wir bereiten uns eben auch die Saison vor. Und wir bereiten uns immer auf das Wochenende vor. Und sollten wir frei, dass wir spielen. Es ist Montag, 2 ist frei und Dienstag ist ein sehr hartes Tag. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, nach dem letzten Spiel zwei Trainingseinheiten zu machen. Und das waren harte Trainingseinheiten. Fünf Tage frei. Der Montag war dann eine sehr harte Trainingseinheit. Und am Dienstag sind dann die Nationalspieler dazugeschlossen. Da war es, ich sage mal, eine normale Trainingswoche dabei. Vier Tage anstatt 03. Also morgen sieht es aus, dass die Jungs wieder zuerst gehen, bis zur Regeneration einander drauf zu spielen. Jetzt stellen ja die Mannheimer auch acht Spieler ab. Wie leben die Spieler das an? Wir haben das vorhin auch kurz besprochen, wie die Nationalspieler das waren. Haben Sie ja den Eindruck besser, wenn sie im Rhythmus bleiben, als zur Pause zu haben? Ja, man kann es heute so sehen. Ich meine, er hat schon ein Belegat, wo Spieler verletzt von der Nationalmannschaft zurückkamen. Ich meine, es ist eine Verpflichtung, die Nationalmannschaft gewonnen, auch die Spieler und die Turnier unterstützen. Es gibt mehrere Spieler ab. Abonniert das nächste Mal.